Anal, muss man sagen, ist einfach ein hochsensibler Bereich, der normalerweise mit ganz anderen Dingen verbunden wird. Und deswegen vielleicht auch ja die Ängste. Braun, dreckig und da macht man doch Toilette und so. Also diese ganze Nummer, ja, aber es kann einfach auch total sexuell erregend sein. Und man kann langsam rangehen. Ich glaube, viele stellen sich vor, okay, anal, ja, versuchen wir das mal. Ja, kann man machen, aber man kann auch ganz langsam anfangen. Mit Po erst massieren und sich langsam annähern, den Bereich. Und mit einem Finger den Eingang und langsam eindringen und so weiter. Und jetzt kommt ja spätestens, ja, spätestens jetzt die Frage, aber ist doch vielleicht trocken. Ist es vielleicht noch nicht mal, aber in jedem Fall kann man einfach auch mal Gel benutzen. Weil je nasser, je feuchter, desto besser gleitet alles. Und man sollte, ich würde sagen, immer Gel dabei haben. Aber, na, ich höre schon die Stimmen, geht auch ohne. Ja, es geht auch ohne. Ganz klar. Ehrlich, ich habe nie so richtig rausgefunden, woran liegt das, dass es manchmal einfach super leicht ist und andere Male gar nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt Gel oder macht vielleicht sogar eine Spülung. Also mit sich richtig reinigen, den Darm reinigen vorher. Aber das müssen wir hier nicht besprechen. Anal ist spannend und es kann Orgasmen vergrößern oder sogar auch alleine dadurch Orgasmen auslösen. Und beim Mann sitzt ja auch noch die Prostata in dem Bereich. Also, ein Versuch ist es allemal wert. Das sagen ganz viele.